Wie? Wenn du deine letzte Prüfung gemacht hast, dann musst du... Heiraten, genau. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass dein Vater das für dich will. Meine Mutter ist gestorben, als ich ein kleines Kind war. Krebs. Ja, das tut mir leid. Mein Vater ist dann mit mir hier geblieben, weil er mir ein besseres Leben ermöglichen wollte. In einem fremden Land, dessen Sprache er kaum kannte. Dafür bin ich ihm auf ewig dankbar. Aber er wird doch wohl akzeptieren, dass du eine junge, moderne Frau bist. Aber es geht hier nicht nur um ihn. Er ist der Hoca. Ach so. Ach, für die anderen macht er dieses ganze Theater. Auch. Aber es gibt doch so viele gebildete, liberale Türken. Ja, die gibt es. Ich kann es dir nicht erklären, okay? Ja? Okay.